Wir machen deren Ding in irgendeiner komplett penetranten Farbe kaputt. Ich hör nochmal kurz rein. Wie wär's mit Pink, dass die Scheiße auch... Ob wir das fixen können? Wie wär's mit der Farbe Pink, weil das sieht richtig scheuer aus. Boah, die machen das ja komplett kaputt gerade. Ja, lass Pink machen, so ein bisschen so auf Disrespect, so Pussy-mäßig, so ein Pussy-Pink. Pussy-Pink? Egal, Hauptsache Hugo überlebt. Das ist ein Pussy-Pink, lass das Pussy-Pink machen. Ich seh uns da, oder? Ja, was sagt der Chat? Schwarz ist Void, aber so ein Pussy-Pink dafür, dass es Pussys sind. Dass sie uns angreifen und nicht, dass sie sich versöhnen wollen. Äh, viel Spaß beim Rust-Rain, man. Wenn wir das Void vergrößern, wird das Void uns trotzdem verschlingen, weil das Void ist einfach doof. Also hab ich's richtig verstanden? Links Pinken ballern. Links davon einfach. Ja, Pink, Pink, einfach Pink. Pussy-Pink, schnell Pussy-Pink vollballern. Okay, Pussy-Pink, ich verstehe. I don't give a fuck, man. Okay, man, this is war. Okay. I'm gonna fight and keep fighting.